Jeder von uns kennt mittlerweile Menschen aus Syrien oder anderen Ländern, die hier zu uns geflohen sind. Sie kommen, weil sie Schutz brauchen vor Krieg, vor Verfolgung oder vor Gewalt. Ich glaube, wäre ich in der Situation, würde ich das ganz genauso machen. Und deshalb finde ich es eigentlich selbstverständlich, dass wir die Menschen hier aufnehmen und gut integrieren. Doch es gibt viele, die denken nur an sich. Die schüren Angst, die schüren Hass gegen Geflüchtete und Muslime. Doch Angst hat noch nie eine Gesellschaft zum Besseren verändert. Ich möchte eine Gesellschaft, in der Menschen füreinander da sind, statt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Es ist genug für alle da. Deshalb gebe ich meine Stimme für Vernunft.